ja unfassbar oder irgendwie verstehe ich das nicht dass die die server ja abkacken und das spiel kack plötzlich ab ich weiß nicht woran es liegt ist mir auch egal ich hoffe dass wir uns jetzt beenden können hier dann würde ich mal sagen ihre socken mal richtig hoch sie haben ja hier nur stelzenbeine guckt euch das mal an füße die hängen also ja okay wir machen weiter ich habe nur ein medikit also ich kann nicht neu starten mit schwierig für sie ja vielleicht hätte ich da oben noch mal sterben sollen vielleicht einfacher gewesen für alle beteiligten auf warum laufen sie immer dahin wo ich ihn laufe ich verstehe das nicht mehrere die noch zu weit ich lasse ich jetzt rennen wieder ich lasse sie einfach in das ist völlig egal jetzt hast du jetzt hast du echt scheiße gebaut was richtig scheiße kann man so machen hier ist ein halbender nein ich habe das heiligen alles geht ja gar nicht nein 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 und vor dem biegen hab ich von dem druck boah das war jetzt echt scheiße da oben ist ein gelbein ich stecke jetzt deine drohne los der heilt doch alle bewegte ich habe auch von der seite ich hole mir den gelben ich hole mir den gelben ich hole mir den gelben vorrücken reiß den feind ein ja ich umgehe dich hast du hast richtig verstanden kollege ich umgehe die so down meine dann zwei tote da noch ein heli noch ein heli ich muss zurück ja 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 wenn so mal geschützt immer auf die andere seite ein bisschen heidemann ich gebe ich war der hässler da wer lieben sollte machen können ich muss mal einen rolli werfen hier kommt einer hoch bis hinter uns hier ist ein heidemann die drohne die heilungsdrohne wollte ich heilen die heilungsdrohne wollte ich heilen die heilungsdrohne aber noch ein heiler ich wollte mal eine moonkiste war hier nicht irgendwo eine moonkiste ich kann es jetzt nicht abhauen hier in der bau oh ja super danke dankeschön der baut hier drohnen der idiot aufwaffe drohne wo bist du denn ich versuch den typ hier zu kriegen ja ey toll ich werd dir ehrlich kein spaß team down mann 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 ey ach den dicken da kann sich nachher rum kümmern in der platte wenn ich tot bin ich auch alles gut dann kannst du alles die ganze scheiß alleine machen keine munition ja ja das ist schon wieder tot weil ich das möchte ist das schön tot zu sein einfach nicht um die leute kümmern die wir eigentlich umbringen müssen nämlich erst die hier drohnen machen und somit alles da der baut eine drohne okay dann mach ihn weg die drohne weg ruhig die denen auch über mir war sie das ist aber toll so ist das überhaupt versteckt sich die ganze seite mit der feige entschuldige ach der ja hier david ist das zu dick ja der david macht die drohnen und kriegt er jetzt weil er braucht ja ich bin da wieder drauf nein ich brauch keine medizinische Hilfe ich glaub aber dass der david die drohnen nicht macht doch die frauen das kann ich ja eine ja alter alter drehen die funktionen kritisch dem so geht er den David is down jawohl boah lass reinkampfen heute bleib bloß dran ich glaub's nicht wir haben es geschafft freunde boah was ein kampf Herr Hoxton tut mir leid wie ich sie angemäckert hab ja aber es ist im kampf ist das nochmal so da können wir auf jeden Fall Mut nehmen ich nehme erstmal Mut hier wir gehen gleich wieder zurück weil der ausgang ist woanders ja ich muss da hinten nochmal einsammeln haben wir das wirklich geschafft ich weiß gar nicht wie ja sie haben den David kaputt gemacht das war das Ziel ja ich hab auf die boah der hat mir fünf nein ich weiß nicht wie viel drohen da ich hab nur Böhm 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 die ganze Zeit so war ich der Lokvogel? nein scheiße kommen sie wir gehen hier raus jetzt müssen wir nochmal nach oben oder wie? nö eigentlich nicht ne boah gucken sie mal wie schön die Sonne hier scheint haben wir es geschafft? war der David der Mann von den Black Task? ja haben wir die gefunden die Black Task? ja wir haben die Black Task gefunden und jetzt gehen wir raus und dann ist das Ding im Wind und dann sind wir Weltrang 4 und dann passen sie mal auf was passiert kommen sie schau mal Black Task obwohl ich glaube wir müssen noch eine Sache machen ja ich glaube auch irgendetwas war da noch passen sie mal auf hier den Schuppen wir sind ja zwar Weltrang 4 aber ich glaub der Endlevel der kommt dann erst ne da glaub ich nicht ne Moment stopp stopp wir sind Weltrang 4 wir haben ja schon den Endlevel das Kapitol ist gesichert so und jetzt haben wir ein paar Sekunden Zeit äh wo wir hier nicht runter kommen müssen wir hier rüber eins ist abgeschlossen müssen wir ganz raus da macht er gleich automatisch denke ich mal wenn wir Weltrang 4 angepasst kriegen da 37 Sekunden Weltrang 4 dann gehts richtig los Freunde mein Gott erst fließe zweimal raus ja echt also wie gesagt ich muss dabei sagen na gucken wer schneller ist kommen sie wir rennen jetzt hier im Speedrun raus Speedrun raus 15 Sekunden schaffen ich weiß es nicht wir werden ja neu geladen hier 9 8 7 6 5 4 verdammt ich bin nicht schnell genug 3 2 1 und bams ha Weltrang 4 und jetzt gehts nochmal glaube ich zur Sache oder wie war das gespannt teilsicher Kontrollpunkt entdeckt teilsicher Kontrollpunkt entdeckt spielen oh 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 wenn ich jetzt mal die Zusammenfassung sehe sie sind aber echte Granate das man ja wohl man muss dabei sein ich bin zwar mal rausgeflogen ja gut das kann man jetzt nicht das kann man das kann man jetzt nicht nehmen nein nein dass das zählt jetzt nicht ich bin keine Kralle halt doch jetzt kommt die und nein 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 ich bin zweimal gestorben vergessen ich hatte keine leben mehr und ich bin so neben einsatz tor haus anlagen zweimal raus geflogen ist das ist ein tor haus dann ist doch nicht mal auf die karte die gehört die gehört zum dazu die müssen wir jetzt dass die breitspektrum in einer unterirdischen anlage unter der ellipse genau links daneben unter dem weißen haus ist ja dieser dieses missionsdingen tor haus anlage und der haupteinsatz ist links daneben ungefähr jetzt jeder mal hin dann sehen sie mich ja ich muss sie gleich wieder zu ihrer sitzung bringen wir sind in meiner sitzung das wollte ich ja gar nicht das weiß sie rausgeflogen machen wir gleich sofort sie gehen jetzt auch mal zu ja und ich mache sie mal eben aber kommen sie erst mal kommen erst mal rüber da wird mir was angezeigt candy college ja so sind sie hier ich bin da ich will sie mal eben an vielleicht ist das dann nicht mehr der fall ein anderer agent ist jetzt gruppenleiter ja kenn die college wird ihnen angezeigt richtig aber das ist nur einer ist eigentlich noch viel mehr aber wir müssen jetzt dank kölzer wissen wir jetzt dass die breitspektrum in einer unterirdischen anlage unter der ellipse ausbewahrt werden es ist anzunehmen dass von dem virus tatiker weiß und versuchen wir sie zu bergen also müssen wir vor ihnen da sein immer noch mit weil das kann jetzt nichts großes sein ich kann mich da nämlich gar nicht erinnern irgendwie war das kampf verstehen sie ja aber die sind da noch nicht wir müssen weiter wir gehen hinten rum schaffe ich schütze aber wenn wir jetzt angreifen dann stehen da wieder drei leute vor ihm ich versuche mal hier vorbeizukriechen naja kriechen war das ja jetzt nicht gerade war überhaupt nicht gut ich will mich alle umgehen ich will mich alle umgehen natürlich auch ja da hinten ist noch einer da kommen noch mehr da kommen noch mehr da kommt noch mehr der schießt er auf mich wer schießt da wer hat denn da so ein wumms dann schaffe ich was mal auf ach da sind geschützt hier aufgestellt mein freund so nicht so gut gemacht das ist nur so ein kleines nebeneinsätzchen kommen sie mal mit gerade ihre ihre mit was man durchlaufen oder was wir müssen noch ein hauschen gehen sie noch als er wurde aktualisiert sie brauchen keine verschlüsselung scoops übermittelt zugangscode zugang gewährt hat das war wüsste ist das hier das so atombunker wo sind wir aktives terminal entdeckt mit dem terminal damit wir herausfinden wo die virustatiker sind scannere bestandsprotokoll nach schlüsselwürzen treffer lagereinheit su 468 lagereinheit aufgebrochen verdammte scheiße und was machen wir jetzt ich aktiviere das mal ich aktiviere das mal ist das alles sieht so aus schief das sind gerade genug dosen für die hohen tiere ok dann bringen wir schon sicherheit wer lagern ist am teil lassen bis sich der monst das ist jetzt mal gut der präsident ist klar aber hast du gehört die haben am teil wir sind im container ich habe sie die ganzen proben verstanden geben sie mir das stille ich will das selbst durchgehen na los geben sie es ihm gönnen wir ihm den moment scheiße die haben die ganzen proben zum title besungen ich wusste das mit alles irgendwas nicht stimmt aber er und die blacktasks um den dreckskerl kümmern wir uns später die virustatiker haben jetzt vorrang wir müssen sie aus dem blacktask stützpunkt am title base hinholen bevor sie weggeschafft werden aber ohne plan da rein zu gehen wäre tödlich halten sie die wichser weiter auf bis wir einen anders plan haben der ellis arbeitet für die andere seite super wir haben wir vorher noch den arsch gerettet wir müssen hier lang also das gebiet verlassen ja haben sie gesehen hier warten sie mal hier sind auch noch sachen drin aber ich komme nicht rein ich sag nicht wieder irgendwo was wo man drauf schießen muss ach so das könnte sein wenn sie was sehen ja vielleicht hier ist ne tür wir lassen das auch ich weiß nicht ob wir da irgendwie rankommen wir verlassen das ansatz komm was ist der ellis ne das arschloch unglaub wer möchte gern präsident glaub's nicht aber vielleicht muss doch hier auch noch eine möglichkeit hier vielleicht aber leute wir verlassen jetzt das hier ja und dann würde ich mal sagen wollen wir jetzt zeigen wir den leuten auch noch etwas das war rausgehen ja genau damit wir mal sehen wie das hier aussieht haben sie doch schon gesehen ja aber tut sich das an so voll die stollen hier ab in den aufzug so das ist wirklich abwarten was sagen sie das ja der präsident hat die black task praktisch sind ja die black task ist ja die ehemalige sicherheits ja das ist korrekt das stimmt tja gehen wir zum weißen haus oder machen wir hier schluss wir machen wir machen hier schluss jawohl also leute dann wir sehen uns im nächsten und denkt dran ne in einen teil auf jeden Fall bei der miri gucken nicht bei mir mit halt nicht ok leute macht's gut ciao ciao